ja hey Leute, willkommen zu einer Runde von meinem Minecraft-Server ja, wollte ich euch mal vorstellen, also ich bin hier gerade am Farmen ja, wollt, wenn ihr drauf wollt, dann schreibt in die Kommentare, also schreibt euren Ingame-Namen rein und ja, ihr müsst Abonnent sein und halt dann nur kommentieren ja heute, also gerade noch alleine, ich werde die Slots noch hochstellen ich habe aktuell nur vier, weil ich weiß nicht, wie viele mitmachen wollen vielleicht will nur einer mitmachen, vielleicht wollen nur zwei mitmachen und das ist dann auch ein Problem, dann möchte ich nämlich auf sechs Slots erhöhen und ja, hier ist ein Lapslazuli, das ist nice zum Verzaubern ja auf jeden Fall würde ich sagen, das war nur ein kurzes Infovideo wenn ihr drauf wollt, schreibt es in die Kommentare, also einen Ingame-Namen und ich tue euch dann auf die Whitelist wir sehen uns beim nächsten Mal, ciao 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 ciao